Jansky best of 2022 hat Matthew sich noch gewünscht wie lang geht das sechs minuten mal gucken schauen wir mal warum Matthew sich das gewünscht hat HUM mit einer 1.59.7 fastes LAP das war noch nicht so schnell ich guck euch genauso raus wie er uns ausgebubbt hat in der 1, freut ich noch mal rauf schön huben erst mal Tidus Ensorock für mich war ermordet alter ganz ehrlich tut mir leid die Mikrofonqualität wild oh da ist Jansky sogar selber noch drin Digga ist das dein Ernst Vorsicht, 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 Vorsicht ich sag doch Vorsicht ja ich fahr doch schon geradeaus oh da war Jansky da war Gamball noch laut was ist denn hier mit der Tonqualität ja cool wenn du einen Bindelman drin gehabt hättest ja cool jetzt geht 30, nehmen wir mit hä? ist jemand boxen einfach nicht? Elvinko alter das wandelnde Mieb Junge der hat wirklich Elvinko hat einfach alles gegeben Elvinko hat wirklich in 2022 hat der wirklich alles gegeben was er hatte alles und wir waren bei dem Rennen übrigens glaube ich sogar gut unterwegs alter der Audi der Audi was macht der Audi was macht alter come on ist das die erste oder die zweite Linie? erste scheiße nächsten in der Wiese ja ich guck aha einmal nach links jo was war das alter ja du Affe guck auf die Strecke nein ey wir legen uns denn richtig schön zurecht da war auf jeden Fall der Ton noch ein bisschen strammer oder? im Gegensatz zu den heutigen Videos oh kack 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 jona Falsches Zilt genommen Falsches Zilt genommen ja wir haben es in der eigenen Hand kein Risiko gehen nein 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 ok das war worst case ooooo alter Achtung oh alter Schwede ooooh nein bin so steilse auf ey die Qualität der Videos 2022 war ja ui wie gehts du alter alter na jo gamm mal was machst du denn? auf geht oh Junge ooooh ey du hast den Fockenreifen gegeben man ey warum warum Aquoplani Hilfe ach du scheiße was ist das hier? hallo ah Hilfe das ist unfahrbar ne nein ne ne einfach ne das war wieder so ein Klassiker der geht am Exit nicht aufs Gas scheiße Huuuuben Huuuben wieder jetzt zieht komplett zu ja moin das musste passieren ach ach man lol du 2022 hat Huuuben noch so ein bisschen Aggression gehabt ne also er war schon groß im Schiebestil wir sind erst bei zwei Minuten wie viel Clips hat Jansky denn damals in sechs Minuten gepackt Coach ouuuu法 ab und durch die Mitte komm Porsche hat kinder nein Ach Jonas. Ich bin so dumm. Nein. Ach Jonas. Oh nein. Ja genau. Was sagt denn? Diese alte Drecksgurke von BMW kann doch nicht 20 kmh mehr Topspeed haben im Regen als der Porsche, Mann. Hier wäre easy, in Anführungsstrichen, der erste Platz drin gewesen, wenn die ein bisschen mehr Topspeed hätte. Ich denke, also ich... Wo kommt denn jetzt auf einmal der Ton her? Wo kommt denn hier auf einmal der Ton her? Ich würde sagen, nein, heute sich... Oh scheiße. Nein, komm doch nicht rüber, Mann. Komm, es läuft einfach wieder alles schieb. So und jetzt SG30. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Wenn es noch weiter geht. Ach, Florian Dürkopp. Adjan gleich auch 10 Sekunden Hack-Damage und 10 Sekunden Front-Damage. Oh oh. Mit Ankündigung. Ja, sorry. Oh shit. Nils, Junge. Ah, Nils kann so gehässig sein und man kann es ihm irgendwie nicht übel nehmen, weil er dann trotzdem noch so ein Lieber ist. Es war nicht mal gewollt. Oh, Richter ist hinter mir. Jetzt wird geblockt, Alter. Ich muss irgendwie Jansky drive, aber der fährt halt ab. Kampflin hier. Heute weg und sag, war fürs Video. Hat immer noch ein Audi, Alter. Eingangsstart ziel, ich muss bremsen. Er räumt mich weg. So, gleich wird Jansky gedriven. So, jetzt kommt hier ne Jansky-Dive-Punkt. Ne, wir machen das selber. Da war's voll. Oh nein. Dig, jetzt fahr du neanderthalische Steinkeksmann. Du blöde, blöde. Alter, was war denn 2022 los? Ich hasste Scheiß-McNirren-Fahrer. Geil, ob wir immer noch nach außen rum liegen. Hat das gerade Jansky so? Sag mal. Jansky. Oh Gott. Alter, Flo. Och, Flo. Also Jansky wird jetzt so getötet. Kommt ja erst mal vorbei mit nem Schwenker. Ich fahr jetzt einmal so, als er nicht normal bremsen würde, ja? Das geht so. Ey, noll. Alter, du hast die ganze Zeit gar nicht gebremst. Du hast nicht richtig gebremst daran gehauen. Nee, oder? Egal, also ey, hast du jetzt wirklich immer nur 50% gebremst, oder was? Ja, hab ich. Ey, scheiße. Ey, nett, bist an mich selber. Ich hab ein Problem. Ich bin so dumm. Oh. Warum bin ich im Zweiten? Was bin ich? Ja, bei Jonas, also van Dreuten, muss man auch ganz ehrlich sagen, da, es wär schön, wenn er noch da wär. Der sorgt auch immer für viel Material. Ich weiß aber nicht, ob er noch so aktiv fährt. Ich bin Amateur. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Du Scheiße. Nein. Oh. Teuer uns hier. Kamal, warum verarschst du mich so, Alter? Hey. Was gerade ganz schlecht, dass hier passiert ist. Jetzt hat er den Pit Limiter nicht reingemacht. Jetzt hat er den Pit Limiter nicht reingemacht. Wie, der Dirk, der sich erschrocken hat. Wie geil, Alter. Ich glaub, Renn ist vorbei. Nur nachher, da kommt einer hochruf runter. Moin. Gammal hat's raus, wenn Gammal fährt, dann hinterher. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich könnte die einfach fast verlieren, Alter. Oh, oh, oh. Loll, hier, Renn. What the fuck? Hallo, warum kann ich hier nicht flat durchfahren? Alter, mach ein Spiegel. Äh, äh, lol. Was haben die denn für einen Quatsch gemacht in 2022? Oh, da dreht sich einer weg. Oh, da gibt's Rote. Oh, da hat Tino's aber Glück gehabt. Oh, die Gläser, pass auf. Oh mein Gott. Oh. Aber Leon schießt hier Leute ab. E-o. Hallo, kannst du das Auto bitte noch heilen lassen? Du willst das halt auch immer extra wegwerfen, damit du abstellen kannst. Digga, du schickst mich hier mit 95 Litern raus. Bist du bescheuert, oder was? Junge. Ah, ja, moin. Jonas, was mit dir kaputt? Sorry, Uben. Ah, geil. Ah, 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 ah. Also ich sag dir, wie es ist, ne? Das waren jetzt 5 Minuten 37 auf maximale Milligramm Taurinanzahl im Wasser. Das ist ja Janski auf Steroide. Also das ist ja wirklich Janski auf maximale Steroide. Danke für dieses Jahr. 20, 23 Uhr krägt, ja. Ach du Scheiße. Boah, Junge. Ah, das ist ja aufregend, Alter. Ihr müsst den aus dem Auto kriegen. Der fährt erst morgens wieder. Ja, aber ich will ja doch in Janskis Videos kommen. Eine schöne Zeit, da war Evo noch am Fahren. Aber jetzt spielt Evo, glaube ich, ganz viel GTA. Schade eigentlich. Schade, Evo war auch immer so ein Bringer. Evo hat wirklich auch maximal performt. In allen möglichen Lebenslagen. Muss man ganz ehrlich sagen. 2022 war schon so ein Jahr. Da waren wir schon im Streaming, sind wir schon wirklich sehr fortgeschritten. Wenn man sich jetzt hier mal das Video anguckt, hat sich echt viel getan. Wenn man sich das heute mal, die Janski Videos anschaut, das ist schon echt krass. Das ist schon echt krass, was ich da alles getan habe. Evo war Blettens Vorgänger. Das stimmt. Bletten hat jetzt so ein bisschen Evo seinen Platz eingenommen. Das ist richtig. Evo war wirklich der Vorgänger von Bletten. Evo war wirklich der Vorgänger von Bletten.